Konnichiwa ihr lieben Nenners und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overcooked 2 zusammen mit MG Guten Tag, extra übertrieben dem Weg nachgefahren oder wie? Wer noch irgendwas sagen wollte, ja Okay, hier kommt Honig Ah, okay Honig brauchen wir aber nur einmal Ja, ich brauch aber ein Ei Ich zog mal hier Mehl ab Ah, fuck Mehl Ja, zweimal bitte Ja, einmal hab ich Zweite Mal ist dran Weil einmal muss man nur so So, das mit Honig ist fertig, das muss in den Ofen Wo ist das? Oben Da oben Ich hab' gefunden So, ein Ei hätte ich noch am Wandern Das mit Mehl ist fertig, das muss in die Pfanne Schoki brauchen wir noch Fang mal Schoki ab Direkt mal zurück hier Wo haben wir Teller? Äh, hier vor mir ist einer Haben wir nur einen Teller? Ich weiß es nicht Äh, ich bringe es mal hier zurück Ah, fuck it Ne, da ist bei dir, nehmen die auch noch einen Teller gerade Wo du gerade ganz passt Überbrennt gerade an Ja, ja Huuuuhu Schoki, wo ist Mehl, wo ist Mehl, wo ist Mehl? Äh, oben, oben Muss man nur drehen Ah Ja, das verwirrt mich jetzt gerade mit den Laufbändern Glaubst du mir? So, Schoki-Ei Das kommt dann in die Pfanne Das nächste Da brauchen wir dann wieder ein Ei für Hier ist ein Ei Ne, fuck it Luft drücken Nimm mal vor mir Wohin muss das? Pfanne Okay Äh Honig, Honig, Honig Honig haben wir hier Cool Äh Und Schoki Wo ist Schoki, 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 Schoki Schoki, Schoki Schoki Gefunden Zack Jetzt haben wir einmal Essen weggebracht Das muss in dem Ofen Äh, warte, 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 warte Ah, da fehlt noch die Schoki Ja, genau Das ist Schoki So Dann brauchen wir ein Ei Dann kommt nämlich dasselbe ohne Schoki Wir brauchen Mehl Packet Äh, Ofen, Ofen, Ofen Hier So, Zack Ein Ei Mehl Ei 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 Honig Honig brauchen wir Honig habe ich an der Stüssel Äh, oben der Kuchen ist fertig Ist schon abgeholt Der nächste Kuchen ist in the making Dann brauchen wir Mehl und ein Ei Ja nicht Kuchen ist drin Mehl habe ich Ei habe ich Das kommt dann in die Pfanne ab Alles Dann brauchen wir Dann brauchen wir Mehl Ich spüle Teller Ok Ja, das kommt in die Pfanne Zack Teller steht neben der Pfanne Äh, ein Ei Brenn Das muss dann in die Pfanne Das muss dann in die Pfanne Ich habe direkt rein Hier neben mir ist noch einer Äh, hier Pfanne, Pfanne, Pfanne Pfanne, zack Glauben wir noch Ja, wird nichts mehr Gucken wir auf die Zeit 655 Punkte aber Ich glaube so ein Ziel von Boah, gerade so Hehehe Hehehe Uiuiuiuiui Knapp knapp, Freunde Aber easy first try Ja, first try ist immer cool Für das, dass man erst verballert ist Wie geht jetzt das Level Guck mal, jetzt gibst du die Rampen andersrum Guck mal, jetzt gibst du die Rampen andersrum Wow Ich bin, ich bin so glücklich Ok Irgendwas in der Luft Es sieht so herrlich wenig aus Pizza? Äh, äh, Tomaten Ich habe Kartoffeln geschnitten Wie komme ich an die Tomaten ran? Wie komme ich an die Tomaten? Ne, das ist keine Kartoffel Ist das Pizza? Das ist das, das ist Teig Ok Wie komme ich jetzt bitte an die Tomaten ran? Lol So Äh, was ist das für ein Bullshit? Was ist denn die letzte Zutat? Äh, Käse Musst du das linke Ding irgendwie schieben? Vom Eimer rum Nehm dir auch noch Tomaten oder so Für den nächsten Ding schon Salat Tomaten Dann brauchen wir Fleisch Das dirigiere ich schon mal Und Burgerbrötchen Hättes Burgerbrötchen Lass die noch kurz Ja, perfekt Pizza ist fertig Ähm, wer kommt auf solche Kackbrüge Dann brauchen wir nochmal Fleisch Ja, dann Fleisch ist schon unser Making So, ich schneide hier das Gemüse noch fertig Kann man das schon mal zusammen backen Ich packe noch mal hier runter kurz Du brauchst noch ein Brötchen Ja, nehm ich mit vorne Ich nehm mal den Teller hier Achso Ja, okay Nehm ich mit Dann haben wir noch einen Teller Dann haben wir noch einen Dreckigen, ne? Ja Mach ich kurz sauber Supi Dann haben wir wieder einen richtigen Burger Also so einen richtigen Kavenzmann Mit allem drauf ins Schaf Ja Käse braucht man noch Ach, Tomaten brauchen wir gar nicht Aber die brauchen wir dann auch für die Pizza Von daher Käse Ach, Fleisch brauchen wir auch Fuck it So, das hab ich schon mal fertig gemacht Ja, Brötchen hab ich auch schon da raus Okay Kann ich da ja schon mal alles reinpacken In das Brötchen So, fehlt nur das Fleisch Ähm, danach brauchen wir wieder Pizza So, Teig ist oben Tomatenpizza mit Käse und Wurst 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 hol ich mir mal kurz Also So, Teller haben wir noch Oh, ne Bring ich das gleich weg Ich hol mir mal kurz den Käse ran Ja, hol den Käse ran Hol den Käse ran Für den Käse ran Geil So Versuch das nächste Burgerchen fertig zu machen Da fehlt Salat haste Ja Fleisch brauchen wir noch Fleisch ist bei dem, ja Ah, ich brauche ein Schneidebrett So, Fleisch ist drin Ich hab den Rest schon mal zusammengepackt für dich Fehlt nur noch ein Teller drunter Das hat, äh, noch eine Pizza Ich hol ab Burner Zack Auch noch den Käse Ich pack schon mal rein, pack dann gleich den Käse nur dazu Damit es schon mal backt, vielleicht geht es dann noch raus Auch mit dem Käse Fuck Ne, das fängt von neu an Schade Ich sag, wir brauchen 500 Das geht noch raus Jetzt brauchen wir 600 Das wärs natürlich Ah, 440 Dafür machen wir uns so einen Stress Ja, ja Lohnt sich ja gar nicht Wie viele Level noch? Ist das ein Sonderlevel? Ah, so ein Kevin Level Ach, das ist wieder so Ja, so heißt das Kevin 8 Kevin 8 Da fehlen aber ein paar dazwischen Wir haben hier im Leben 8 Level von dem gemacht Wir haben irgendwie 4 oder was Gedünstet Bei dem müssen wir immer dünsten, oder? Kann das sein? Ja, der wird gedünstet Der hat Bock auf Dünste Hunde mögen gedünstetes Zeug, Freunde Merkt euch das, Kappa Ah, Leute, ich bin jetzt schon verwirrt Ich hab Mehl, oder auch nicht Braucht man nicht Ich hab hier, äh, wohl muss das? Ah, Leute, das muss einfach hier rein, oder? Ne, das musst du dir Warte, ich bring dir Fleisch 3, 2, 1, nimm Ich hätte auch Steinebretter drin Ja, ich hab's nur gerade gehabt Nimm Ach, du brauchst das Mehl Mehl brauch ich Karotten, wo kommen Karotten? Okay Wir brauchen mal Karotten, hier Hab ich Nice Pack da noch Mehl zu Und gib mir das dann Ja Ja Nice Ich geb dir die Form zurück Warte, warte, warte So, jetzt können wir So Was brauchen wir als nächstes? Mehl und Shrimpies Mehl hab ich Shrimpy muss ich schneiden Ich sag, wenn du bereit bist Das Essen rauszubringen Ja So Äh, ja Packst das Meinten? Gut Okay Oh, da sind Ja Die Form gibts dann gleich zurück Essen ist raus Hier, warte So, äh, Fisch, Fisch, den kannst du alleine machen? Ja Ja Muss ich erst hacken Warte, ich geb dir den Teller Wo? Äh, gehört schon eine Absprache dazu Ja, ich brauch nen Teller hier drüben Ja, warte Äh, zack Hier Komm zurück 3, 2, 1 Hab ich Ich brauch noch nen Teller hier drüben Für den Fisch Äh, hab ich Hier Ja Äh, hier Komm zurück So, dann brauch ich viel Also Hab ich Äh, Fleisch könntest du auch fangen Kannst du selber Ah Perfekt Ja, jetzt musst du das Mehl da erstmal weg Pack schon mal rein, ja Als nächstes brauchen wir noch ne Karotte Ich brauch noch nen Fisch, ich nehm nen Fisch hier Hier kommt die Karotte Wenn sie kommt Manchmal kommt es noch nicht So, hier Zum Glück sind es relativ einfache Fisch ist fertig, ich brauch Teller Oh, wir haben nen dreckige Teller da oben Oh, fuck it Hier Hier Es sind ein paar Ja Ja, ich muss mal kurz hier alles beiseite stellen So Ach komm Währenddessen kann ich ja mal gucken Warte, 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 wo ist das Fleisch Das läuft gleich ab Zack Ja, hab ich Zack Ist weg Ist weg Fischi Fisch ist aufwendig Als nächstes dann die Karotte Die hab ich hier Die hab ich hier Kannste dünsten Dann brauch ich Fleisch Oh Hab ich Ich hab hier noch ne Form Ich hab hier noch ne Form Ich hab hier noch ne Form Wie gesagt, es wird in die Maschine gepackt. Ich brauche... Oh ne, ich habe noch einen Teil noch. Hier, wir haben noch ein paar. Komm her, du Essen. So, Karotte. Karotte, Karotte. Geh her, du! Ja, kriegen wir eh keins mehr raus. Ich schmeiß den Teil weg, geht nicht auf. Aber so. Auch nicht schlecht. Oh, easy. Dann brauchen wir nur 320. Echt jetzt? Alles gerade so einfach, Freunde. Wir machen hier Panik. Ah, das war das Cabin Level, ne? Jaja. Das ist halt für so richtige Cabins. Noch nö. Was hast du gesehen, was ich nicht gesehen habe? Oh, geil. Wo kommt jetzt das... Ah, okay. Du musst schneiden. Ja. Noch schneller geht nicht. Es ist ein wahnsinnig schnelles... Ja. Fett. Hier. 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 Ich schieb noch mal ein bisschen Butter und Fleisch rüber. Schau mal. Ja. Zum Glück kann man eine halbe Ewigkeit zeigen. Schreib du gleich auch schon mal einen Teller rüber. Äh. Hier. 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 fertig sobald vibriert musst du die pfanne runternehmen und mir geben aber geht ja gar nicht mit beiden nebens wenn es vibrieren anfängt du hast eigentlich noch genügend zeit käse und salat für den burger alter der wäre alles drauf ich hab dir schon mal einen teller mitgebracht noch ein pfanne runter pfanne runter mir rüber geben sogar mit burger jungen er ist fertig ja aber da muss noch salat und käse drauf ja läuft beides im rundell habe ich eine spüle wenn du hast nicht fertig hier also ich habe die spüle fleisch läuft gerade durch aber brauchen wir noch dazu nur burger kann jetzt eine halbe ewigkeit laufen hier schneid mal irgendwas ist bei dir fertig fleisch ja hab ich pfanne versenken zack da hier nimm den teller noch runter hier burger paddy kannst du gleich wieder rein ballern was brauchen wir dafür noch käse käse ja eins muss ohne zack hier hier so zack wie teller hast du kein einzigen hier gib mir schon mal was es wackelt wieder ich habe dir die fahne gegeben mit dem fast fertigen fleisch ich gebe dir auch den teller mit dem burger dann kannst du es draufpacken einfach running sushi geht halt zumindest ein bisschen dann auch alles bring mal fleisch käse und was weiß nicht so hier so eine pfanne kriegst du auch wieder das zeugt bald ich einfach mal hier drüben du musst halt einen teller und so ja genau ich habe dir sogar das burger brötchen rüber gegeben kommt jetzt auch wieder du nimmst das fleisch ich lass meine pfanne dann drauf dann krieg ich ja deine ich packe dir auch den dreckigen teller dazu ja pack den burger dann weg ja ich muss das fertig machen schnell jetzt so äh was geht zu dir rüber fleisch einmal fleisch und käse fleisch kommt gleich wieder ja hier nur noch 30 sekunden ein teller wäre noch super kannst du haben kriegst du gleich käse kriegst du noch äh gib dann den aufwendigeren burger raus mit dem käse fuck naja gut das hat sich dann erledigt ich habe einfach nur ein teller rausgegeben er gibt einen teller raus ich rette dich burger äh den will doch auch keiner mehr essen wahrscheinlich nicht ne 400 wir haben 392 weil uns eins abgelaufen ist freunde wir sind aber am folgen ende das machen wir dann nochmal in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt ein abo schaut auch bei unseren anderen videos vorbei bis dann rein ciao ciao ciao